was passiert ja leute und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge was machst du mit gruppen kuscheln wer ist schon wieder engländer ich habe ihn vergessen das kommt ist stück hallo und nein alte bade aus dem weg aus dem haus nein ich habe sechs papieren das kann ich war erst da bis dieses jahr kam ich dachte ich habe zwei ich habe drei räder ich habe zwei habe ich habe 33 habe ich habe Nein! Da fährt man rechts! Zehn Runden! Zehn Runden! Der Ausdauer relativ viel! Wieso kommen wir alle gegen... Ja, mit deinen zwei HP die nur noch falsch. Nee, 20. Okay, 19 HP. Sehr gut. Hast du das schon vorher gesehen? Ich hab genau in dem Moment kurz vorhin... 15, 13, 10, 4, 2, wo? Zwei! Ach du, Alex, jetzt fährt es direkt Siska! Emoliert! Das Fremdse ist wirklich so... ...donk reingeflooten. Tja, mit zwölf... Ich hab immer noch zwei HP. Mach ich auch so geiles, ja. Ah, das Pizzarost. Also spielen heute noch mal... Alex, was nen Pizzarost? Ich wollte eigentlich nur langfahren. Nur da fuhre auf einmal los. Ich dachte, der wäre schon kaputt. Alex ist der letzte Lee von uns, da. Na ja, gut, dann würde ich mich mal schnell warte. Trink nichts. Doch, dann endet's doch, oder? Nein, nein. Nee. Nee, oder? Nee. Sobald kein Spieler mehr spielt. Ja, das hat ja gut geklappt mit uns allen hier. Dann einmal auch zurück zur Lobby, oder? So, nächstes Rennen. Alles B10 rennt, ruhig. Alter, wir überleben doch keine. Pass auf dich, Erik. Tomade! Jo, gute Ausgangsposition. Nicht gut. RENNT! Alex! Selbst schuld, Erik. Hallo, Erik. Hallo, Erik. Was passiert? Wir haben noch ein bisschen Leute. Wir haben noch ein bisschen Leute dabei. Wow, 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 wow. Das geht jetzt hier ab in der Kurve. Ja... 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 Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Das will ich sehen hier. alex ist hinter mir nein was machst du denn hier das ist die komplett wieso das könnte jetzt belastet werden hier Hey, Alex. Ja, gut. Schalt, schalt, schalt. Ich hab fünf Sekunden Vorsprung auf den Zweiten. Ja, Frames und ich können den Kevin unterhören. Also mein Federung ist im Argen, meine Bremsen auch fast. Ich hab noch drei Reha, sehe ich gerade. Oh, hier steht Tomate. Oh, Tomate wird hier zum Internet. Mama! Ich hab kein vorderes, rechtes Rad mehr. Eigentlich kann ich nicht. Ja, gut. Bei mir ist das nicht gerade was fehlt. Alter. Ja, mir fehlt vorne rechts. Ganz einfach. Nach diesem großen Update verliert man viel zu schnell einen Reifen. Viel zu schnell. Hallo, hallo. Ich hab mit 10 kmh oder so hab ich die Wand geknutscht. Ja, aber es gibt auch immer eine Einstellung, wie realistischer Schaden ist. Das haben wir bei dem Server hier gar nicht so beachtet, oder? Nee. Guten Tag. Denkt ihr, der Server ist einfach so eingestellt, dass der... Ich schaff nicht mal den Looping! Loll, ist der Juli da wunderbar. Alter. Ey, das ist doch so unbedingend, denn warum verliert man überhaupt ein Rad? Und ich... Und ich hab hier schon... Und ich hab hier schon angefangen, die Leute zu überrunden übrigens. Ja. Jetzt schnauzt ihr Nico. Platz 2. Ich hab halt 3 AP, ich bin gleich tot. Ja gut. Weil Leon ist halt immer noch hinter mir. Warum kannst du so schnell fahren? Ich? Wer ich? Aus dem Weg du. Alex! Ja was? Geradeaus geht's? Doch Kurven gehen halt nicht. Nee, bei mir ging geradeaus auch nicht. Geradeaus kann ich Vollgas fahren, nur Kurven gehen halt überhaupt nicht. Ich hab mit 3 Reifen auch noch nie Probleme gehabt, dass ich nicht schnell fahren könnte. Hä? Warum hab nur ich Probleme mit 3 Reifen? Na, bitte überlegen. Drückst du auch Vollgas? Ja. Ich hab immer Vollgas. Das ist was anderes als Vollgas kennst du. Okay Juli, ich hab dir selbe Probleme wie Juli. Du hast nicht gerade geklärt. Du hast nicht gerade geklärt. Oh, du hast nicht weiter durch. Oh, Alex, du stehst echt gut. Ich hab ein Auto gestreichelt und demoliert. So, ich bin auch noch mit 3 Reifen mit 6 HP unterwegs. Oh, na, würde ich auch nix nehmen. Naja, aber 2,5-Trips eher, glaube ich. Einfach geschoben. Ich bin freundlich. Ja, da ist der Nächste im... Andere jetzt. Oh. Ich glaube, zudem zu haben, ist es gut. Ich kann Nico eigentlich noch über 90 HP haben. Ja, der statt 97. Ja, als erster ist das gut möglich. Ja. Ja, ich hab 16. Ich hab hier voll so. Naja, ich bin ein bisschen Lächelnmüchse. Wie viele leben denn überhaupt noch? Ich. Ich. Ja, und kurz so. Oh, no. Ja, allefalls. Sind nur noch 12, die leben. Ja, ich bin letzter, dementsprechend. Oh, das hat sich gut. 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 Das ist eine Bande. Oh, oh, oh. Leon sichert sich halt immer den letzten Platz. Ja. Nein! Oh, Leon. Das war krass. Das war hart. Das war hart. Das hat er noch. Guck mal, ich schaff die Lupe mit zwei Reha. Ich weiß nicht, war euer Problem wie ich. Ja. Also ich bin grad runtergefallen. Am höchsten Punkt. Aua. Aua. Das ist doch mein Hack. Hoi. Mach Leon weg. Leon ist gut hier. Mach ihn weg. Ja, ja. Ich seh. Ja, ja, ja. Oh, oh. Du sollst Leon nicht nachmachen. Warum nicht? Hi Leon. Heide, komm. So, guck mal. So überholt, man. Ich hab ihn im Motor mitgenommen, hatte er einen verloren. Ah, hier liegt noch ein Mensch, glaub ich, war das. Ne, das war ein Rad. Ist mir auch egal. Ist mir auch egal. Lokführer auf der Strecke oder liegt ein Mensch. Naja, ist mir auch egal. 13 Sekunden Vorsprung auf. Ah, Frems. Das war knapp. Ich bin fast gefallen. Das hat weh getan. Ja, ja. Gewiss, glaub ich, auch ein Stück gefallen. Aber dann wieder an der richtigen Stelle gelandet. Ich hab ihn gerade so fallen, glaube ich, noch ein bisschen velocity hatte. Okay, wieviel Vorsprung hast du jetzt noch auf Fremi? Neun. Hallo, Frems. Als ob das nicht nur vier Sekunden gekostet hat. Ja, das war ja eigentlich auch nicht viel. Ah, Frems hat mich auch schon überwundet jetzt, ja. Kommt halt auch mal auf die Strecke an. Hier, hier in der Kurve, vor der Kurve hab ich zehn gehabt, jetzt wieder neun. Kommt halt auch drauf an, wie schnell man fahren kann und so. Ich glaub, durch Dummkeit, ich will schneller laufen. Wie kam der denn her? Aua. Nein. Nein, 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 nein. Ich will jetzt nicht mehr. Ich will jetzt nicht mehr. Ich will jetzt nicht mehr. Fuck, 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 fuck. Batman. Oh Gott. Oh Gott, Frems, nein, nein. Nein, nein, nein. Nee, 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 nee. Du darfst das. Nee, nee. Komm schon. Jetzt dreht mein Auto schon viel schlechter. Wie wird Nico auch hinterher und in die Wand rein? Ja, mein Auto kann sich alles mal frei. Ich stehe doch frei. Dein Auge. Dein Auge. Dein Auge. Dein Auto. Dein Auto. Oh Gott. What the fuck. Mein Auge ist beschädigt. Mein Auge, mein Auge. Meine Auge, wisst ihr. Alles gut. Das ist easy erster Platz hier. Ja, ich bin Drifter. Hä? Wo kommt jetzt Matthias schon wieder her? Ja, doch, er hat noch nicht den Auto. Der cheatet glaube. Oh. Weg mit Geld. Aber jetzt hätte noch einer von Rex kommen müssen. Ne, wenn jetzt Fremi nicht hinter ihm gewesen wäre. Jetzt rankt Fremes ihn natürlich, nur als NPC. Wäre die Ziellinie hinter der Kurve gewesen, hätte ich es geschafft. Auto. Sehr schön. So, hoffentlich heute jetzt ohne nichts. Oh, erster. Sehr gut. Oh Gott, wer ist der Punkt? Tomate. Ja, vielen Dank. Wenn ich das schon sehe, Tomate mit dem Fuß. Alter, Fremi. Du Saftlaube. Saftlaube. Alter, ihr hässlichen Dreckspots, Alter. Hi, Judi. Alter. Jawoll. Haha, sehr gut. Ja, voll willkommen. Alter. Ich hab 19 HP. Oh, nee. Ich hab's noch ein bisschen leid tun. Heineck, tschüss, wirklich. Hehehe. Huuu. Au, vergabend. Tschüss. Heidiko. Ja, nee, ich spiele schon. Ich darf nicht mehr mit dem Controller spielen. Das ist im Kotzen. Hä? Spielst du mit Maus und Tastatur? Hey, mit Controller. Aber mein Kabel hat ein bisschen Wackelkontakt. Und sobald der Kontaktkontakt wegkommt. Mein Auto sieht gut aus. Wenn du den großen gelben Schild sich bremst. Ja. Zum Kotzen. Ich hab's noch drei Reifen. Ich hab's noch. Ich hab's noch. Weil der Controller beim Benutzen mal ganz kurz den Kontakt verliert, weil das Kabel wohl was hat. Au, 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 au. Ah, dankeschön. Dann spiel den es mal ab. Das ist zum Kotzen. Du weißt, die erste Runde alle doof rein rein. Na, hier ist Tomate. Ich komm nicht mehr auf die Sticker. Ich kann nicht mehr gerade fahren. Ich hab, ich hab, ich hab so gut angefangen. Ja, ich auch. Ich wollte aber doch noch Juli töten. Nein. Ich war erster und ich hab die erste Kurve sogar durchflickt. Die Tomate, das bringt bei mir nichts mehr. Die erste Kurve, ich bin doch eigentlich. Ich bin mal hierher. Entschuldigung. Entschuldigung, ich hab's leicht mit dem Rechtsklüften. Weil ihr seid nicht mit dem Rechtsklüften drauf. Oh Gott. 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 Was, Juli, ne? Wartest du die TPS hier auch unter 10? Ja. Weil ich fahre mit 30, gab es da nicht mehr lustig, ey. Der nächste hinter mir. Der nächste hinter mir wäre. Und eine halbe Minute vor mir. Ernsthaft. Oh Tom, mate, du! Ich Juli raus, kann das sein? Ja. Denk mal. Ja, Elsa. Gucken wir mal, wie lange Leon sich noch schlägt. Ja, mit drei Reifen im brennenden Motor und 6 HP. Ja, sehr gut. Da fehlt eigentlich nur noch so ne Taube, die dich anpupst und schon bist du tot. Endfekt, ja. Ich mach erst mal einen Botten 360 auf der Strecke. Wenn ich anfah, hört man nur, queeeeeeens. Tomate, heute gibt's kein CS. Keine Negev für Tomate. Keine Negev für Tomate. Keine Negev für Tomate. Keine Negev für Tomate. Oh, pack da, seid mal aneck. Nein, falsche Richtung. Das muss! Fuck! Das muss ich in die Richtung fahren. Das ist halt mit dem einen vorderen Reifen, der komplett kaputt ist. Ja, ja. Bin ich der letzte Lebende? Nein, nein, nein. Das Problem ist das hier. Wer macht da Leon? Was macht der Bot da? Nee, das ist ein Bot! Du hast ihn aber auch gesehen. Du hattest mal im Kreis gedreht. Hui, hui, hui. Ausstark. Oh fuck, Nuggets. Da kommt der Freten. Noch einer. Hör mal offen mit deinen Chicken Nuggets. Ja, hab ich eben vorhin auch schon gesagt. Ah, Leon ist ja nur über eine Minute von mir weg, das geht ja. Ja. Du spielst mit Kontrollen. Nein, das ist kein Problem. Oh, Frems! Alter, Frems! Oh, Frems! Oh, Frems! Du setzt aber weiter auf die Probe. So. So, wenn ich das jetzt noch verkackelt, dann... Keine Ahnung. Frems kommt nicht ins Ziel, oder? Nee, ich auch nicht. Frems ist drei Minuten vor mir. Bremsen, Bremsen, Bremsen. Da ist das Ziel, Frems! Du schaffst es? Nee. Doch, 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 doch. Nein, ich hab Gas! Holgas, Frems! Frems! Au! Ich bin Devoliert! Nein! Wegen dir, Leon, weil du mich ausgebremst hast. Ich bin doch in der letzten Kurve mit drei Kameradien im Battle geklatscht. Leon ist doch gestorben, ja. So. Mit diesem Ereignungsreichen Finale hier verabschieden wir uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.